Was aber, das schafft ihr doch nie im Leben, Mädels, einen ganzen Monat? Im Ernst? So lange dauert ein Detox normal. Der Dry January ist auch ein ganzer Monat. Ja, genau. Oder der tabakfreie Monat. Kitzfreier Juni. Die Body Challenge vor dem Sommer. Ja, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Also, ich soll eure Sachen aufbewahren, ja? Genau. Gut, das mache ich. Das mache ich gern für euch. Manon, gib mir deinen Arm. Komm. Keine Sorge. Gib ihn hier. Das ist die Nummer vom Laden, damit die Leute euch erreichen können. Ja, und wenn ihr mal jemanden anrufen wollt, kommt vorbei. Der Typ ist super nett, er ist flink, wow, und clever ist er auch noch. Was wollt ihr sonst noch wissen? Nein? Stimmt nicht? Doch. Wunderbar. Ich hab ein Tinder-Date in fünf Minuten jetzt raus mit euch. Es ist Viertel nach zehn. Oh, mein Kind. Weißt du, Lea, wir Erwachsenen haben nicht bloß Nachtsex. Verstehst du? Ja, klar. Ich weiß. Was? Das ist bloß. Ich hab's nur ewig nicht mehr am Tag getan. Gut. Danke. Na, dann. Das schaffen die nie, ihr Lieber. Nein. 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 Nein, nicht. Jetzt ist weg. Nein, nein, nein. Nein.